Ja, servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich grüße wie immer euch da draußen alle Elektrobegeisterten. Im heutigen Video geht es mal wieder um die Ladeabzocke in Deutschland und ein weiteres Beispiel dafür, wie man der Ladeabzocke entgehen kann. Regional gibt es wirklich fantastische Möglichkeiten, super Ladepreise zu erzielen. Nicht immer nur DC laden, viel geht auch über AC laden und ein massives Angebot hat hier im südwestbayerischen Raum die V-Märkte. Und wie man hier so viel Geld sparen kann und wie das Ganze noch viel, viel besser ist wie bei Aldi oder bei Lidl, das schauen wir uns jetzt an in diesem Video, Leute. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Zuschauen. Wir schauen uns jetzt einmal an, Leute. Das ist wirklich überragend im südwestbayerischen Raum. Ich sage auch noch ein bisschen nordwestbayerischen Raum. Alles von mir aus jetzt gesehen. kann man bei den V-Märkten zu unfassbaren 19 Cent pro Kilowattstunde AC laden, 49 Cent pro Kilowattstunde DC laden und 300 kW Ladesäulen. Hier gibt es allerdings nur zwei Standorte dafür. Das ist Füssen und in München im Euro-Industriepark. München zum Beispiel gibt es sehr viele Ladesäulen. Und was hier gut ist, man muss nicht sein eigenes Typ 2 Kabel mit dabei haben. Alles ist vorhanden. Und es gibt auch mehr Auswahl, wie es zum Beispiel bei Lidl oder bei Aldi. Da haben wir immer nur zwei Möglichkeiten zum Laden. Und hier gibt es wirklich viele, viele AC-Stationen vor Ort auf dem V-Markt-Parkplatz. Und wie das Ganze ausschaut, das schauen wir uns doch hier jetzt einmal auf unserem Tesla-Browser mit der Premium-Connectivity an. Leute, das ist ein absolutes Muss, diese Premium-Connectivity. Und wir können hier sehen, AC laden, 19 Cent, unfassbarer Preis. Ich glaube, das ist der günstigste Ladepreis in Deutschland für Ad-Hoc-Laden, für Laternenpacker, die keine eigene Lademöglichkeit haben. Und wir wollen ja diesen Rip-Off hier in Deutschland, diese Abzocke irgendwie entgehen. Schauen immer wieder nach den besten Möglichkeiten. Und das ist jetzt nichts Neues vom V-Markt. Das gibt es schon länger. Ich hatte auch schon viele Nachrichten darüber bekommen, habe aber noch nie irgendwie Zeit gehabt, ein Video darüber zu machen. Viele wissen es wahrscheinlich schon von euch da draußen. Aber wer es nicht wissen sollte, Leute, 19 Cent für AC laden. Und es wird ja nicht immer nur schnell geladen, sondern auch viel AC. Und so sieht das Ganze dann vor Ort aus. Also nicht wie bei Aldi oder bei Lidl ein Kasten, zwei Anschlüsse. Anschlüsse, nein, sehr viele Möglichkeiten. Und ihr fragt euch jetzt sicher, wie funktioniert das Ganze vor Ort. Und da sind wir auch jetzt hier schon bei dieser Lade-App. Die heißt Virta. Ich habe mir das Ganze auch schon aufs Handy geladen. Man muss natürlich wie immer seine Daten angeben. Das Ganze läuft über Kreditkarte dann. Abrechnung per Kreditkarte. Die App ist genauso wie alle anderen Lade-Apps eigentlich einfach gestaltet. Man findet sich schnell zurecht. Und das ist wirklich überragend. Und jetzt schauen wir uns da einmal an, welche Standorte gibt es denn überhaupt vom V-Markt. Und jetzt schauen wir, da haben wir hier zu den Standorten rein. Und wie wir erkennen können, wir zoomen hier jetzt einmal raus. Von mir aus gesehen, ich bin hier. Hier oben Landshut. In meiner Gegend gibt es jetzt Regensburg, Mainburg und Rottenburg. Und ansonsten haben wir alles südwestlich von mir ungefähr gelegen. In München gibt es Möglichkeiten. Und dann alles weiter Richtung Westen. Aber die Anzahl ist schon recht beachtlich, was man hier so sehen kann. Und hier ist das Ganze nochmal aufgelistet an Standorten. Also das ist ja echt enorm. Ich habe das Ganze mal so durchgefiltert. Also bis, glaube ich, Bad Wördeshofen. Ich glaube, die haben hier keine Säulen. Aber ansonsten, wenn wir hier jetzt nochmal zu den Details schauen, könnt ihr sehen, hier ist überall mit angegeben, wo es diese Lademöglichkeiten gibt. Und auch in der Virta-App kann man natürlich nach V-Markt suchen. Also Leute, wer es nicht gewusst hat, holt euch diese Virta-App. Die ist natürlich kostenlos. Und dann könnt ihr an wirklich vielen V-Märkten, möglicherweise in eurer Region, für mich ist es jetzt eher schlecht, 20 Kilometer Rottenburg, auch Mainburg circa 20 Kilometer. Aber ansonsten ist doch das wirklich sehr, sehr beachtlich. Solltet ihr auch regional solche Angebote haben, schreibt mir doch eine E-Mail. Ich kann ein Video darüber machen, kann die Leute informieren, in welchem Teil von Deutschland es besonders günstig ist zu laden. Aber ich denke, 19 Cent ist bis jetzt das Beste, was ich finden konnte. Also Leute, meinen Kanal vielleicht abonnieren, wenn ihr immer informiert bleiben wollt über die günstigsten Ladepreise. Aber der V-Markt überzeugt mich auf jeden Fall. Und vor allem ist es jetzt wirklich nicht nur ein Markt, nicht nur zwei Märkte. Also man kann hier regional wirklich sehr viel Geld sparen. Leute, das war es jetzt wieder von mir. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Video. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen.